Ich will jetzt mein Bonfire bauen, heim die Backenhaus. Wollen wir wie anders seine Decke backen? Wir haben aber echt, gell? Was ist denn mit der einer? Hallo? Alter wie viel sind da? Wenn vier, fünf Stück jetzt hat. Warte ich erst noch mal schnell weiterzukommen. Oh mein Gott, der geht mir wohl an. Kommen wir, ich bin da. Oh mein Gott. Ich hab keine Ausdauer gerade. Mann, wenn das jetzt der Forest 2 wäre, hätte ich euch schon lange alle mit der Shotgun erschossen. Ihr Dreckskinder, jetzt ist Ruhe. Lernts doch endlich. Wir sind besser als ihr, halt die Klappe. So, das war meine... Wie heißt's? Ruhe ist jetzt einmal. Können wir das Wagerl irgendwie umbringen, ohne dass es wieder stecken bleibt? Ja, geht. Hallo? Da vorne ist noch einer. Wir müssen halt nur... Wir dürfen halt nur nicht... Ja, einfach hier, wo hier muss man drüber fahren. Also hier so. Oder? Ja, hier, wo hier? Hier. Kannst du drüber laufen? Kannst du drüber laufen? Kannst du drüber laufen, aber drüber fahren? Ja, ich bin grad abgehoben, so ein bisschen. Warte, warte, warte. Okay, ich glaub da bauen wir einfach mal eine Brücke rüber, oder? Ja... Ja, dann wär das genau hier gewesen. Ja, du bist genau daneben. Oh, das war's. Ah. Hm. das ist doch scheiße jetzt ja ist aber halt auch keine ruhe wollen weiter permanent auf die fresse haben erst noch einer hat er rennt weg was ist noch passiert ja muss ich mir kurz helfen den karren aus dem dreck zu ziehen ich weiß nicht was wir gemacht haben aber wir haben es richtig gemacht ja warte mal inhaltsverzeichnis freies bauen eigener boden das war das was ich gemacht habe geht halt nur die komplette plattform dann weiß ich nicht nur so eine kleine brücke und da jetzt nicht irgendwie das machen ja da muss so eine kleine plattform allerdings eigene hat er hat eine brücke was ich benachteil nicht platz war das plattform nein ja plattform geht nein das war das ist zu hoch da kommst du mit dem waggon nicht war das nicht ja die leute verschimmeln hier schon ja wir müssen mal hier ein feuer hier am wasser vielleicht wäre besser gewesen kannst du eh nur zwölf stöcke tragen ja wohl mach an das bonfire jawoll schmeißt den ring ins feuer da kommt schon wieder wer das kann doch nicht wahr sein eigener boden halt ne hallo aber ist das auch nicht alles gute kommt von oben mein eigenes fundament war das kevin ach so fundament kann man dann hier rüber und dann dumm die dumm die dumm die dumm die dumm die dumm die du hat wer die knochen hier aufgesammelt nein warum sind dann hier keine weil wir alles verbraten haben ich hab grad ne leiche hier aufs bonfire geschmissen keine ahnung äh ja weiß nicht ob das hier geht dann hat er keine gedroppt weil wenn man in der nähe war oder was ich weiß halt nicht ob das geht aber es sollte eigentlich gehen das ist eigentlich level ich weiß nicht ob die seite geht halt mach's nochmal neu eigene plattform ich hab immer ein bisschen fleisch wieder aufgehängt das ist gut jetzt hat sich wieder ein reh in unsere base verirrt keine ahnung ok das haus ist mit olle teile jetzt fertig unser aloe vera ist gewachsen haben wir nur ein geflangt ja ich hatte einen ja ich hatte einen ist das so gut und die büsche sind auch gewachsen ich weiß so nicht ob das hier auf der seite geht kann ich wieder einmal einpflanzen ähm stöcke da waren wir jetzt 21 warum ist das so viel jetzt auf einmal waren wir nochmal neu also die bären sind auch gut für trinken wenn man Durst hat aber bären essen ist wieder voll ja 15 stöcke äh bäume ich mach das jetzt einfach wenn nicht kann man sagen kannst wieder abreißen mhm was war das scheinbar als ob hier ich sag euch ja ehrlich ich würd gern da vorne das ein bisschen abtrennen da oder nicht dass da nicht da bei einer kommt ja so ne wand da wo die Stiege aufgegeht am Anfang das muss so weiß ich nicht wenn du so ein fetter Typ reinkommst ist alles kaputt mhm hier müsste man noch so nen Wald drumrum bauen eigentlich am besten ein Wald? ein Wall achso ja ja so ne Palisade so ne Palisade so ne Palisade ja können wir die Steine da noch ein bisschen mehr da raus da dann würd ich das sogar hier so lassen dann kommst du hier so hoch dann ist hier so der Vorplatz ja und die ganzen großen Fücher ja aber wir können kein kein ja wenn du nen Wald drumrum baust ist eh egal wir können kein wir können kein oh ja schon wieder irgendwas kaputt wie heißt ein Dach machen halt ne oder Aloe Vera hab ich bekommen über das Haus hier können wir kein Dach machen oder was? ja schon aber da ist dann halt so ein Vordach da ja wir kabert aber dann ja aber dann kriegen wir glaube ich kein Wasser mehr ah es geht halt nur auf die ganze Plattform das ist halt das doofe ja ist dumm gemacht ja was haben das eigentlich für ne komischen Zelte da überall von anderen Leuten die vor uns da waren ja sicher ja ja ich hab sie nicht da hingestellt die Zelte ne ups ja jetzt ja jetzt und das habe ich jetzt noch einen über Foto gefunden oh perfekt oder? sieht gut aus ich muss da vielleicht noch ein wenig ausleuchten hallo du apropos ausleuchten wir müssen den ja auch mal ausleuchten hm der kommt gleich mit aufs Bonfire da dauert noch einer der gammelt schon da können schon die die Aas fliegen die sollen das Fleisch essen wir sollen das Fleisch essen aber warum kriegen wir dann keine äh wie macht man das einfach nur draufschmeißen ah ja oh na gut nimm mal ja das kann Buh, 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 Buhnfeuer. Kann man ja nicht die Farbe von dem Ding hier ändern. Nee. Nee, kann man nicht. Da kann ja aber auch Leichen drauflegen. Was machen eigentlich die Hasen? Geben die noch? Hier liegt da noch ein Baumsturm. Hä, warum kann man mit dem jetzt Steine sammeln gehen, hä? Du kannst mit dem alles machen. Kannst da alles reinlegen, was du willst. Wenn du erdrückst, kannst du dann Schlöcker, alles, alles. Wenn ich erdrück, passiert bei mir gar nichts. Weil du nichts anderes im Inventar hast. Ah, okay. Also wenn du keine Schlöcke in der Hand hast, kannst du Steine reinmachen. Ja. Und wenn du keine Steine hast, kannst du dann Stöcke, also du kannst halt alles reinlegen. Okay. Vielseitig einsetzbar. Wir würden noch zwei Stöcke brauchen für das da. Ah, klar. Ich muss mal sagen, wir speichern wieder, ne? Und schlafen. Nö. Dann haben wir... Ja. Ja, ein Dach wäre halt schon irgendwie cool hier, ne? Ja, aber wie machen wir das dann? Weil wir können auch das nicht löschen, weil das Loch geht nicht überall. Das wäre die einzigste Möglichkeit, die ich sehe, dass man es... Aber es geht halt nicht. Rücke Z. Z für Zlib. Scharzer Bildschirm. Zwartzer Bildschirm ist... Zwartzer Bildschirm ist immer gut, dann braucht man nicht so viel Framerate. Nicht so viel Bitrate. Aber nur das eine kann man essen. Toll. Der Fisch müsste auch klar gehen, oder? ich glaube erst wenn es so dunkler ist es fertig wenn ich ganzes nehmen hat das vorliegen war so roh essen ist halt nicht so ist es keine gute idee liegt hier noch wer macht es sich und man kann die bären essen wenn ich die esse kriegt man auch die samen dann oder wie die respawn da du siehst ja der strauch sitzt hier noch ja dann esse ich mal was dann habe ich voll ich trinke wieder drüben in der alten base das zeug ja schon wieder ein bambi hier rum rennen muss ja die spawnt dann auch immer wieder neu oder was glaubt dem re hier das geht dem geht es nicht so gut ist sich uneinig in welche dimension das ist gehört also schief steht jeweils durch die ich glaube das ist phasen verschoben lassen wir es am besten in ruhe gehen auf die natur los zack 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 bohrenfeuer wird auch nicht alt nass von feuer von feuer ist geil hase 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 allein laufen nein 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 nicht in dir gestrungen laufen nicht in dir gestrungen also jetzt man irgendwie irgendwie nicht muss ich noch mal nachlesen ob das so war dass die sich vermehren was brauchen wir das dann wenn die sich nicht vermehren da also nicht wie du den rausnimmst und umbringst dann umbringen würde ich sagen wir sind wieder drei freunde und auch apropos umbringen wo man schon wieder beim thema sind vier freunde und neun ich will zehn nackte friseusen irgendwann müssen noch alle gestorben sie können sich schon nicht übernacht vermehren die zellen die teilen ja ich glaube das hat man sogar irgendwo in forest 2 gesehen ja aber doch die mutanten und nicht die einen ureinwohner oder sind es auch mutanten würde ich schon so zu definieren so halber aber weiß ich nicht wie der foxy schon gesagt hat das sind ja die hat hineinge die hat nein gesagt das stimmt nicht veränderte menschen so keine ahnung ja kann aber schon sein aber ab aufs bonfire mit dir das ist eine gute frage ich sag mal wir machen wir jetzt die deck wir machen halt irgendwie ja aber wie wir haben keine andere möglichkeit es gibt kein anderes dach gibt nur einen eigenen boden und müssen halt ein eigenes dach machen wie es halt möglich ist warte mal da kann man richtig viele ja da kommt dann wieder das ja 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 gut ich habe keine rüstung mehr ist ja auch gut rüstung schon im armen doch ich glaube man kann eigentlich ich habe jetzt gesehen jetzt wie es geht da kann man jetzt hier wechseln und dann kann man das mit dem er da nix ich habe da zwei baumstämme für die warte kommt einer du kannst auch haben und die fahr mit dem wagerl mit dem wagerl und der pferderl und der katzerl so jetzt haben wir eine decke jetzt haben wir es ja jetzt was hinbekommen ja oh Marcel kriegt immer alles hin ey an c drücken dann ändert er den baumodus ich weiß nicht ob das auf der seite so gut aussieht wo das ist so ne ist da auch so aus ah das sieht auch so aus voll voll ist voll ist dabei haben wir jetzt ne decke jetzt müssen wir nur gucken jetzt müssen wir nur gucken wie das ist ein loch rein zu machen das man halt hoch kann da müssen wir es aber erst zu bauen weil wenn man jetzt ein loch macht nach unten kann man nur an einer stelle habe ich keine andere stelle gefunden also ja keine ahnung wir brauchen mehr holz super kevin genau das brauchen wir habt ihr auch schön die brücke benutzt ja wer ohne brücke ist jetzt scheiße funktioniert gut ja funktioniert echt gut ist nur doof dass halt hier in der nähe die bäume halt weg sind aber ja nie lang ja der lurch der lurch mal kurz ins wasser springen und trinken wollte ich noch wir brauchen no no ja was das ist schon wieder einer achso insgesamt für die decke brauchen wir jetzt nur 5er 20 das ist schon wieder 5 kann doch nicht auf 6 ich komme ey das ist doch nicht dein ernst und der fluss sieht sich drin oh da waren viele stöcke sechs stück jo drei von den großen oh oh da können wir noch viel mehr ja sechs stück wir brauchen die Hilfe jetzt jetzt ja schön ich komme ich komme ja doch ich habe noch eine mutantenrüstung einen balken jetzt habe ich keine ausdauer lauf junge sprint ich höre das gemetzel bis hier runter ich hoffe ich komme ja 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 ich